Ich bin der Lothar Frank aus Bad Nauheim und das ist Martin Schröer, auch aus Bad Nauheim. Wir sprechen hier heute stellvertretend für die Gesellschafter des EC Bad Nauheims. Wir wollen euch Fans, den Sponsoren, den anderen Gesellschaftern, den Mitarbeitern der Geschäftsstelle und vor allem den vielen ehrenamtlichen Helfern des EC Bad Nauheims ein ganz frohes Weihnachtsplatz wünschen. Diese Gelegenheit möchten wir auch nutzen, um euch dem Gesellschafter etwas näher zu bringen und auch einige Dinge aus unserem Alltag erzählen, damit ihr euch vorstellen könnt, was so hinter den Kulissen geschieht. Martin und ich sind beide im Finanzausschuss tätig und unterstützen die Geschäftsleitung. Ich bin einer der neuen Gesellschafter und Martin ist als Vertreter der Roten Teufel schon länger beim EC vertreten. Was ist los beim EC? Bad Nauheim ist ein ganz besonderer Standort. Viele unserer Fans gehen schon seit Jahrzehnten ins Stadion und haben schon alles erlebt. Sportlich und finanziell, alle auf und ab. Kritik der Fans ist immer ein Ausdruck, vor allem der Angst, dass etwas schief geht und weniger die Klage an die Verantwortlichen. Alle, die hier zum EC Bad Nauheim gehen, haben Lust und Leidenschaft im Blut. Seit Dezember 2016, und das wissen wir wenigsten, haben wir drei neue Gesellschafter bekommen. Wir haben das Eigenkapital in diesem Jahr fast verdreifacht und sind jetzt bei knapp 100.000 Euro. Wir haben fünf Personengesellschafter und zwei Vereine, den Teufelskreis und den Nachwuchsverein als Gesellschafter. Alle, die wir hier privat emulsiert sind, sind keine Millionäre. Wir sind Privatleute, die das alles aus Lust und Leidenschaft machen, mit ihrem eigenen privaten Geld, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Wir sind aus Überzeugung und Leidenschaft für den Eishockey-Sport in Bad Nauheim. Bei mir hat sich das etwas anders abgespielt. Um es weihnachtlich zu beginnen, es begab sich also zu der Zeit, als sich die Roten Teufel anschickten, aus der Oberliga in die DL2 aufzustatten. Meine Frau und ich, beide neu in Bad Nauheim, gingen um den See im Kurpark. Als unser Gedanke kam, wir könnten doch mal bei einem Eishockey-Spiel zuschauen. Und, was sage ich euch, schon beim ersten Mal war es um uns geschehen. Sogar nach selbst sind wir zweimal als Neulinge, die kaum den Puck verfolgen konnten, gefahren, um die Roten Teufel anzubeugen. Und als ich Anfang 2017 die Frage bekam, ob ich nicht Gesellschafter im EC werden wollen würde, bedurfte es auch bei meiner Frau keiner Frage. Ja, das mache ich mit Unterstützung meiner Frau, die voll hinter mir steht. Und alle diejenigen, die sie kennen, wissen, wovon ich spreche. Unser NC ist gekennzeichnet von Leidenschaft, aber auch von Enttäuschung. Voll von Überraschungen über unerwartete Siege. Und das nach Niederlagen, die man nicht bemühtlich gehalten hätte, dass unsere Jungs zu uns etwas überhaupt zulassen. Frei nach dem Motto, das müssen wir gewinnen. Übrigens ein ganz schlechtes Ohm, das in meinem Sprachgebrauch zu gut geniegt vorkommt. An dieser Stelle kann ich jedem nur raten, der sich berufen fühlt, den EC vorwärts bringen zu wollen, nimmt Kontakt mit einem von uns auf. Wir sind EC begeistert und freuen uns über jeden, der mithilft, diese Begeisterung fortzuführen und noch zu steigen. Bestimmt werden auch mal Fehler gemacht, aber wir haben die Weiterentwicklung der See-Bad-Nauheims fest im Blick. Bad-Nauheim ist das kleine gallische Dorf im Profi-Eishockey-Sport Deutschlands und unser Zaubertrank heißt Zusammenhalt aller. In diesem Sinne wünschen wir euch allen Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch nach 2018. Genau. Genau.